Bist du neu an der HHU? Die folgende Checkliste hilft dir beim Studienstart. Schalte deine Unikennung frei. Wie du das machst, zeigen wir dir im Video Unikennung und HHU-Card aktivieren. Mit deiner Unikennung kannst du zum Beispiel im e-Studierenden-Service auf Dickstuh verschiedene Studienbescheinigungen runterladen. Deine HHU-Card dient dir als Studierendenausweis und Semesterticket. Mit ihr kannst du auch die Bibliothek nutzen und in der Mensa dein Essen bezahlen. Richte dir unbedingt deine HHU-Mailadresse ein. Über diese Mailadresse kommuniziert die HHU ab jetzt mit dir. So empfängst du wichtige persönliche Nachrichten. Mit dem WLAN-EdoRom hast du kostenloses Internet auf dem ganzen Campus. Egal ob mit dem Handy oder Laptop, im Hörsaal oder draußen. Kennst du schon unsere HHU-Erstig-Guide-App? Mit dieser erhältst du regelmäßig Neuigkeiten rund um dein Studium. Außerdem findest du in der App Antworten auf viele Fragen und Ansprechpartnerinnen zu verschiedenen Themen. Du siehst auf einen Blick relevante Termine und Fristen sowie wichtige Vorkurse und Einführungsveranstaltungen. Diese helfen dir unter anderem dabei, deinen Stundenplan zu erstellen. Alles erledigt? Schau nochmal in die Checkliste auf hhu.de-Studienstart. Dort findest du zu jedem der Punkte Anleitungen und Links. Wir wünschen dir viel Erfolg in deinem neuen Studium.